Verteidigungsministerin Lambrecht hat weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Kiew bekommt zwar nicht die geforderten Schützen und Kampfpanzer. Aber der Ringtausch mit Griechenland sei auf der Zielgeraden. Deutschland wird zwei weitere Mehrfachraketenwerfer Maas sowie 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo an die Ukraine liefern. Das teilte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, mit. Außerdem würden Kiew auch 200 Raketen für die Mehrfachraketenwerfer überlassen. Die Bundesregierung will damit die Fortschritte der Ukraine beim Zurückdrängen der russischen Armee weiter unterstützen. Der brutale russische Angriff auf die Ukraine ist eine Zäsur. Und wir stehen im mutigen Kampf der Ukrainer klar an. Untertitelung des ZDF, 2020